Wir fahren hier zum Trainieren in eine andere Halle, weil unsere Halle zu niedrig ist, damit wir mal endlich Dreiheit-Halle üben können. Freust du dich dir nicht, Kopf und Füße anhauen zu müssen? Josy, freust du dich? Ja, ich auch. Freut. Das wird super. Charlie putzt das Pferd, alle anderen stehen drumherum, weil das Pferd hat leider keinen Bock, dass sie mehr als zwei Personen putzen. Außerdem blockiere ich den Pferd, das auch. Das ist vielleicht ein größeres Problem. Hi, Conny. Er schaut richtig begeistert aus. Jetzt schaut er freundlich. Hallo. Tiluna hat Dobby-Haare auf dem Kopf. Abfahrt. Soll ich dann da gehen? Ja, ich hab sogar einen Kindersitz. Ich hab schon richtig gesehen. Das ist schon richtig, was wir machen. Ich hab noch so gut drauf. Oh, ich hab noch so gut drauf. Hey. 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 So, gleich geht's los. ich bin sicher Linus da Ich wusste, so was machen könnte auch aber ich dachte mir das ganz schön, als ich das mit Paulina am Movied gemacht habe ich dachte mir ich muss jetzt aus dieser Position raus aber das tut alles Nein, aber wir haben auch gesagt, dass es so viel zu sagen ist, aber es ist so viel zu sagen. Was man hier alles findet, die sind ja 1a ausgestattet hier. Ich habe auch mal, das habe ich neulich, die haben so etwas ähnliches gekauft. Ja voll, voll. Auf jeden Fall bin ich auch dafür. So einfach auch Kraft. Gehst du erst hoch, machst dann eine Rolle oder ein Gas, dann komme ich zu dir. Ich mache es in einem Fleckblatt auf. Ich greife dann aber, ich habe so... Dann kommt jetzt Kür. Ja. Super. Ja. Gut. Zufrieden? Ja. Und du? Auch. Läuft. So jetzt geht es wieder nach Hause. Tschüss. 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 Ja. Bis gleich, Conny. Ja, das war vorher auch bei mir drin. Charlie. Leonie, läufst du nach Hause? Ja. Okay. Ach doch hier. Ja, lauf nicht bis zur Straße. Die kommt ja rein. Genau. Nach da. Nach da. Da ist die Sonne. Okay. Ja. Ja, cool. Ja, das passt. Ja. Jetzt ist wieder im Stall angekommen. Conny, wie war es? Top. Die noch versorgt von unserem Tierarzt. Tschüss, Duffy. Äh, ja. Ist der sein Porridge immer da oben? Hat der Duffy sich das Porridge verdient? Auf jeden Fall. Miam, Miam. Schönermaßen.